Hallo wieder! Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir wo ich hier gerade den Eiz sehe und hier hinter mir ist die Zugspitze da wollte ich schon lange mal hoch und jetzt schlafe ich heute Nacht im Auto und heute Nacht geht es dann irgendwann durchs Höllenfall los da nehme ich euch natürlich mit jetzt fahre ich noch mal ein bisschen Stand-up-Puzzle da hinten lief ich genieße die letzten Sonnenstrahlen und wechsel den mal so ein bisschen ab Hopp! Freibsee bei Regen so guten Morgen die Tour kann losgehen Höllen-Tallen-Lagerhütten also jetzt bin ich hier am Hammersbach und es ist Viertel vor fünf und ich bin auf dem Weg auf die Zugspitze das ist ein bisschen schön jetzt bin ich hinter Höllen-Tall-Klamm jetzt musste ich gerade auf meine Trailrunners umsteigen die Bergschuhe rücken ein bisschen aber ich brauche sie daran für die Steigeisen jetzt geht's ab wohoo 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 wo wohoo wo 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 Okay. Sollte Cool. Ah Kletcher. 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 und dann kommen wir auf. Okay? Ja. Dann gehen wir hier. Und dann gehen wir nach oben. Ja. Nach dem, nach dem hier. Ok? Das war's für heute. Überraschung So, letzten Aufnahmen vor dem Nebel. Ich merke die Höhe. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Wir sind jetzt hier. Okay. Ja, reib sie. Wink mal in die Kamera. Ja, das mache ich dann irgendwann mal hoch. Oh, die bohote sind. 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 Jetzt zieht es gerade ein bisschen auf, ja gut, das war's mit dem Video, ich glaub ich mache mir was los. Geile Tour gewesen, jetzt geht es noch mal wieder runter. Eigentlich wollte ich laufen, aber ich bin zu wenig vorbereitet. Jetzt ist schon wieder alles zugezogen, gerade eben war es noch offen. Egal, jetzt bin ich extra hochgegangen. Es gab Kaiserschmarrn unten mit Apfelmus und Latte Macchiato. Da habe ich gerade noch geschlafen eine Stunde. Bei dem Auto habe ich gar nicht gut gepennt. Das habe ich heute auch beim Aufstieg gemerkt, ich bin richtig müde gewesen. Ja gut, ich fahre jetzt wieder runter. Kostet nur irgendwie 48 Franken, eh Euro. Schon heftig. Aber gut, danke fürs Zusehen. Lasst ein Like da, würde mich mega freuen. Wenn jetzt, dann hast du dich nicht kennengelernt zu sagen. Dominik Neuer. Das war's. Ich weiß noch mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.